Also wie bin ich überhaupt zu NASBA gekommen oder überhaupt zur Bank? Also davor habe ich eine Ausbildung gemacht, das war im Einzelhandel als Handelsfachwirt in der Modebranche. Da bin ich auch mit meinem Freund zusammengekommen. Und da ist uns sehr schnell aufgefallen, dass die Zeiten nicht so gut passen zu unserem Privatleben. Er damals Student, ich in der Ausbildung. Wir haben aber schon damals schon gemerkt, okay, die Arbeitszeiten von uns oder allgemein, was wir vorhaben für die Zukunft, passen nicht mit unserem Privatleben, weil wir viel Zeit miteinander einfach verbringen wollten. Weil wir beide sehr viel einfach in der Vergangenheit erlebt haben und wir wollten beide viel Privatleben, dass wir für einander einfach supportive da sind. Dann habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Ich sage, was machst du jetzt? Mein Freund hat gemeint, der will irgendwas in Richtung Finanzen machen. Ich habe gesagt, okay, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe ein bisschen geguckt, habe gesagt, okay, ich brauche irgendwas, was mit Menschen zu tun hat, aber trotzdem auch was mit Zahlen. Weil in der ersten Ausbildung, da hatten wir was mit Buchhaltung, Buchführung. Hat mich interessiert, aber es kam zu wenig in der Praxis. In der Berufsschule hast du ganz viele Thematiken oder etc., die dich interessieren, aber die Realität sah anders aus. Ich habe gesagt, okay, das passt, dann mache ich nochmal eine zweite Ausbildung. Er hat damals dann angefangen, mit dem Studium fertig, auch in der Bank zu arbeiten, bei einer Direktbank. Dann habe ich gesagt, okay, ich fange auch bei der Bank an, aber nicht bei einer Direktbank, weil in der Bank, dass es wirklich da ist, wo man auch mit Kunden wirklich hautnah miteinander arbeitet, tut und macht. So habe ich mich dann bei der NASPA beworben. Dann dann Untertitelung des ZDF, 2020